In Iserlohn begrüße ich Paul Ziemiak, den Bundesvorsitzenden der Jungen Union. Guten Morgen nach Bonn. Die Generationengerechtigkeit, das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich besonders intensiv beschäftigen. Wie fällt denn Ihre Zwischenbilanz der schwarz-roten Bundesregierung in Sachen Rente aus? Die ist nicht besonders positiv, denn das, was wir erlebt haben mit dem ersten Rentenpaket, also Rente mit 63, auch Mütterrente, das war nicht besonders generationengerecht. Warum nicht? Nicht, weil die Rentnerinnen und Rentner das nicht verdient hätten, aber es geht um die Finanzierung. Und wenn das nur über die Beiträge junger Beitragszahler dann finanziert wird, dann finde ich das nicht richtig. Und die Diskussion, die wir jetzt führen zwischen Union und auch SPD, die macht mir große Sorgen, weil es wieder neue Vorschläge gibt, die auf dem Tisch liegen. Aber über die Finanzierbarkeit ist noch nicht gesprochen worden. Die mögliche Rente mit 63 war ja ein SPD-Vorschlag. Die Mütterrente, die Sie auch eben angesprochen haben, war ein CSU-Vorschlag. Ihre Partei hat aber alles mitgetragen. Sie sind persönlich dagegen. Welche Kehrtwendung fordern Sie denn jetzt? Ich fordere jetzt, wenn wir über neue Vorschläge diskutieren, dass wir nicht nur über diese Vorschläge sprechen, sondern jeder, der einen Vorschlag macht, muss auch sagen, wie er das bezahlen möchte. Und jetzt höre ich von der CSU, er soll einen dritten Rentenpunkt bei der Mütterrente geben. Ich höre von der SPD die Angleichung, Ost- und Westrenten, auch Teile der Union fordern das. Das ist alles richtig. Aber die Frage ist, wie bezahlen wir das? Und wenn am Ende, und das ist aus der SPD zu hören, wir über Beiträge von über 26 Prozent sprechen, für die gesetzliche Rentenversicherung, dann sage ich, dann bleibt einfach den Menschen zu wenig am Ende des Monats, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, zu wenig Geld über. Zu diesen neuen Verhandlungen jetzt. Was spricht denn dafür, dass die Große Koalition das noch vor der Wahl durchzieht? Und was spräche dafür, es als Wahlkampfthema zu nutzen? Ja, ich finde, wir müssen noch gar nicht immer eine Diskussion führen, soll das im Wahlkampf eine Rolle spielen oder nicht. Ich habe keine Sorge davor, dass das im Wahlkampf eine Rolle spielt. Aber mein Ansatz ist ein anderer. Wir brauchen in der nächsten Legislaturperiode eine große Rentenreform. Und eine Diskussion darüber, wie wir unser Rentensystem über das Jahr 2030 hinaus stabil machen. Und diese Diskussion müssen wir führen ohne ideologische Scheuklappen. Ich finde es gut, wenn wir auch darüber sprechen, wie können wir eigentlich das Niveau halten und trotzdem die Beiträge nicht steigen lassen. Und da kommt das Stichwort, auch längeres Arbeiten muss dann auf den Tisch kommen. Ich finde, so eine Diskussion bräuchten wir und jetzt nicht eine Klein-Klein-Lösung. Denn das, was wir jetzt erleben, ist ja nur die Diskussion über den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen Union und SPD. Der eine fordert dies, dann fordert der andere das. Am Ende zahlen die jungen Menschen in diesem Land und das finde ich nicht gut. Die Bundesarbeitsministerin hat von einem Balanceakt gesprochen, der da jetzt ausgefochten werden muss. Also genau diesen Mittelweg sucht sie, den Sie ja auch gerade skizziert haben. Ja, nur ich sehe nicht den Ansatz, dass wir jetzt eine große Rentenreform hinbekommen. Wir müssen über diejenigen sprechen, die am schwächsten sind in dieser Gesellschaft. Das sind die Erwerbsgeminderten, da sind alleinerziehende junge Frauen. Das stimmt, da müssen wir mehr machen. Aber wir müssen doch auch ohne Scheuklappen darüber diskutieren, dass wir auch länger arbeiten. Franz Müntefering findet, das ist eine gute Idee. Auch Wolfgang Schäuble findet, das ist eine gute Idee. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass Frau Nahles dem gefolgt ist. Studien belegen, dass die Kinderarmut heute ein größeres Problem ist als die Altersarmut. Wann dreht sich das denn? Wir haben eine Situation in Deutschland, die Sie zu Recht jetzt ansprechen. Bei den Rentnern haben wir eine Situation, dass ungefähr vier von hundert Rentnern sind auf Grundsicherung angewiesen. Bei alleinerziehenden jungen Frauen beispielsweise sind es 40 von 100, also fast zehnmal so viel. Und das überträgt sich natürlich gerade auf Kinder in solchen Familien. Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist leider Spitzenreiter bei der Kinderarmut. Dort hat die Landesregierung es nicht geschafft, etwas zu verbessern. Und das wird natürlich zu großen Problemen führen in Zukunft. Deswegen müssen wir jetzt ansetzen. Aber bitte dort, wo es geboten und erforderlich ist. Das ist bei den Kindern, das ist bei Alleinerziehenden, das ist bei den Erwerbsgeminderten. Aber nicht pauschal zu sagen, wir brauchen ein höheres Rentenniveau, weil dann die Frage bleibt, wer bezahlt das? Aber lassen Sie uns noch über diesen Balanceakt weiter sprechen, den wir eben schon angetextet haben. Die Ministerin sprach gestern, es solle nicht unter 43 Prozent des letzten Einkommens fallen. Wie sehen Sie das? Haben Sie auch eine Untergrenze in diesem Fall? Ja, natürlich müssen wir darüber sprechen, dass die Leute am Ende, wenn sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben, von dieser Rente leben müssen. So, Punkt. Da gibt es gar nichts, daran herum zu diskutieren. Aber die Frage ist, wie schaffe ich es eigentlich, dass die Menschen eine vernünftige Rente bekommen? Und die schaffe ich dann, wenn die Leute vorher gute Jobs hatten, wenn sie gut verdient haben. Und dafür brauchen wir Wirtschaftswachstum, dafür brauchen wir auch einen Fortschritt in der Digitalisierung. In Deutschland nur mit guter Arbeit, mit guten Löhnen werden wir es am Ende schaffen, dass die Menschen gut leben. Und natürlich die Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge. Und lassen Sie mich auch noch einen Punkt ansprechen. Ich finde, jemand, der das ganze Leben gearbeitet hat, der muss am Ende auch mehr Rente bekommen, als jemand, der überhaupt nicht gearbeitet hat. Und da brauchen wir auch eine Anrechnung von Leistungen, die man zurückgelegt hat und dass man nicht dann gleich wie alle anderen in die Grundsicherung fällt. Na dann nochmal ganz konkret, was erwarten Sie von den Gesprächen dieser Tage? Ich erwarte eine Einigung und eine Einigung nicht nur darauf, was man umsetzen will, also beispielsweise Mütterrente, beispielsweise eine rote Linie beim Rentenniveau. Ich erwarte gleichzeitig, und das wäre wirklich ein Erfolg, auch für die jungen Menschen in diesem Land, wenn gesagt wird, wie das finanziert werden soll. Und wenn man sagt, man finanziert es nicht mit Beiträgen, sondern mit Steuern, dann müssen die Protagonisten auch sagen, wo sie sparen, wo sie etwas einsparen, um dann damit die Rente zu finanzieren. Das finde ich gut. Ich bin aber sehr besorgt darüber, dass das vielleicht nicht kommen wird, sondern man wird Versprechungen machen und man wird nicht sagen, wie man es finanziert. Und am Ende zahlen wieder die Beitragszahler. Paul Ziemiak, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Vielen Dank für das Gespräch.